Hallo und willkommen zurück zu Avatar Frontiers of Pandora. Wir haben noch einiges zu tun und was genau finden wir raus, indem wir in den Quest-Blog schauen, wo wir denn hin müssen. Ich glaube wir sind sogar in der Nähe. Nö, sind wir nicht. 5,7 Kilometer sind wir neben dem Wegpunkt, das ist aber schade. Die Bellsbrick hier haben wir eingesammelt. Wo müssen wir denn hin? Tangled Lake, Gossamer Lakes. Okay, wir haben Koordinaten bekommen, das muss irgendwo links sein und irgendwo links ist in dem Spiel hier rechts. Verwechsel ich gerade Westen und Osten? Nee, Westen ist, wenn das Westen links. Okay, kann ja mal passieren, dann wollen wir eine Schnellreise tun. Hätte davor vielleicht den Marker setzen sollen. Jetzt muss ich das nochmal auswählen auf der Karte. Na, sobald es geladen hat. Das ging ja ordentlich schnell. So, Wegpunkt ist gesetzt und jetzt müssen wir da irgendwas machen. Kann man hier noch ein bisschen was mitgehen lassen. Ein Sulfur-Port. Her damit. So, 1,5 Kilometer. Das sieht doch gut aus. Da fliegen wir aber trotzdem hin. Komm schon, Hawk. Ach, du bist ein Treuer. Eine Treue Seele hier. Das will ich doch hoffen. So. Ah, sieht auch aus, als ob hier paar von diesen Bögen kollabiert wären. Vielleicht sah das hier immer schon so aus. Ich habe keine Ahnung, ob das hier immer schon so aussah. Ist, glaube ich, gerade auch nicht so wichtig. So, Missionsziel ungefähr vor uns. Mal sehen. Da haben wir es schon. Nur nicht in irgendwie einen Baum reinfliegen, so dass Hawk sich noch ein Flügel bricht. Er ist der wertvoll sind. Oh, da unten ist schon wieder alles. Au. Au. Hawk ist da. Da unten ist wieder RDA. Hier ist auch RDA. Warum? Sehen ja seltsam aus. Da sind die down. Ja. Eine gut platzierte Mine. So, wir brauchen unbedingt noch Wurzeln. In dem Spiel habe ich aber noch nie Wurzeln gesehen und wie man welche erntet. Deswegen wird das vielleicht ein bisschen umständlicher. Aber die sammeln wir halt auf, wenn sie uns zufällig begegnen. Ansonsten kommen wir auch so. Klar. Brauchen wir Health Items? Nö. Sind komplett voll, was das angeht. Schauen wir mal. Ah, wieder diese Kompass-Impression. Irgendwas wird hier sein. Was es ist, weiß ich nicht. Den Ast nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, ja. Im Regen geerntet wäre besser. Leck mich. So, ein Heli-Flop da und eine Anzahl an Mächs und noch ein Heli-Flop da. Na komm. Hat das was gebracht? Naja, zumindest wenn sich der Mächs dem Heli nähert, dann geht's hoch. So, vielleicht schießt man einfach hier drauf. Mist. Der Mächs war dann irgendwie noch weiter unterhalb. Ich gebe mein möglichstes Pria. Das war doch Pria. Nein! Der steckt dich mal nicht. Ja, dankeschön. Ist der Mäch down? Glaube ich, hier unten kommt noch ein Menschlein entgegen. Hey! Ich hab noch Pfeil und Bogen. Ihr müsst auch ein bisschen warten, bis ich treffen kann. Ei, mal wunderbare Stöcke. Oh, mein Stock-Inventar ist immer noch voll. Ein Shotgun-Magazin. Magazin-Mod. Das ist doch wunderbar. Was bist du? Hallo? Oh, du bist was komplizierteres wieder. Äh, hier lang? Gefunden. Ah, okay. Das war einfach Missionsziel. Hier ist Missions-Mächs. Ich gebe mein Möglichstes. Sehr schön. Nur eine Mine an dem Mächs verschwendet. So soll das sein. Muss man trotzdem nachcraften. 14 Stück haben wir noch. Dann müssen wir unbedingt wieder welche finden. Was sind denn? Ein Stück braucht man gerade nicht. Da ist einer. Und rechts von uns kommt direkt der nächste. Der geht so down. Und der da hinten. Komm schon, Mine, geh hoch. Das gibt's doch nicht. Da bin ich in was Nasses gefallen. Na komm, braucht man noch eine Mine. Oh, der läuft weiter. Die hat ihn nicht wirklich erwischt. Das ist schade. Und Sturmgewehr. Boah. Das sieht doch gut aus. Oh, wir kriegen Besuch. Das klingt nach noch einem Helikopter. Oh, das ist wieder so ein großer. Das ist nicht gut. Aus einem großen Helikopter. Na komm, geh hoch. Na komm, geh hoch. Na komm schon. Oh, er ist drauf gegangen. Dann ist es eben so. Dann können wir aber hier die Mine aufheben. sehr schön. Hier geht's gut, Kollege. Hier geht's gut, Kollege. Ja komm, dann kann der Helikopter mit hochgehen. Sehr schön. Oh. Ich habe Schaden genommen und zwar extrem. Ein Glück habe ich mich geheilt. Und helfe einsammeln. So. Dann haben wir hier das nächste, was gehackt werden will. Das sieht doch mal nach was aus. So. Einmal nach oben. Den ersten Schlüssel. Dann ganz nach unten für den zweiten Schlüssel. Komm, lass mich durch. Und dann einmal zum Ziel. Ah. Erwischt. Zwei Sachen müssen wir noch machen. Mine aufsammeln. Sehr schön. Sehr schön. Wäre auch zufrieden gewesen, hätte man nur noch eins davon hacken müssen. Ist jetzt nicht der spaßigste Part, den ich mir vorstellen kann. Einmal nach oben. Sehr schön. Das müsste dann da unten sein. Was war da? Ah ok. Das sind nur die Lootbehälter. Mit den Stücken drin. Uh. Das sieht aus wie ein Spare Part Container. Nur ein? Willst du mich verarschen? Spiel. Ich brauche davon nur so viel. Warten, warten. Jetzt. Ich glaube das war der einfachste. Das ist richtig. So. Jetzt kann ich Stöcke mitnehmen. Okay, jetzt brauchen wir Forward Base Delta in Steps Cradle in der Upper Plains. Das ist doch mal eine in Ordnung eine Wegbeschreibung. Da haben wir es auch schon. Wegpunkt ist drauf und Schnellreise. Mach mal dann hier hin. Das ist das nächste. Nächste Ding wo ich rangekommen bin. Na komm schon lade. Dankeschön. Peter Pratt. Sprech surplus. upper aufgerust Überpration persons auch isco das ist mal ein plan von mörser ich vergifte einfach alles er hat sich den wieder ausgedacht durch eben erstmal strom anmachen wenn wir schon da sind hat mich gestört dass wir hier keine schnellreise hin haben also reparieren wir das doch einfach mal ich bin ein elektriker ich bin einer vom fach nun hast du schon muss ich oben anfangen und dann hier noch einmal sehr schön ans computerterminal ja ja hört sich sehr spannend na gut werden wir vielleicht irgendwann machen ich denke noch nicht aber wer weiß du schon wer weiß das fünf spare parts das hat sich gelohnt das hat sich doch mal gelohnt nicht damit auch noch was machen pollute nö gut wo ich parkst du denn nicht zu fuß gelaufen ein bisschen war auch noch dabei 400 meter dafür rufen wir ihn jetzt nicht obwohl wenn es ganz da hinten ist wo der rauch herkommt rufen wir ihn vielleicht doch ne ist es nicht ist hier gleich im tal drin oh ne lasst mich in ruhe lasst mich einfach hin ich mag euch nicht seid ihr ruiniert schade 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 oh hier sind wieder schüsse da hinten weiß nicht warum noch haben sie mich ja nicht entdeckt was kann der bogen hier eigentlich wir machen mal ein bisschen terz war vielleicht die falsche entscheidung naja jetzt wissen sie wenigstens dass ich da bin ist ja auch schön menschen die wieder ein bums drauf was ist denn los mit den sollen meine hilfe items verbrauchen treffsicher scheinen sie zu sein wie vielleicht liegt das alles um den fetten mich hier einer ist noch da natürlich benutzt der enemy explosive eine andere waffe wirkt ja nicht gegen euch glaubt das waren alle helikopter höre ich noch habe ich es nicht gesagt treff ich den auch kommen geht doch einfach hoch dankeschön ich glaube man muss nur freundlich fragen dann sammeln wir mal wieder den loot ein es holt rifle rounds und danach braucht man wieder unbedingt hilfe items weil ich das hier so optimistisch angegangen bin das ist mal spaßig das hätten sie bei jedem ding so machen sollen dass ich einfach hier das zeug hochjagen muss das ist doch viel besser als alles andere dieses dämliche hacken und sabotieren und macht doch spaß wenn es boom macht noch mal bisschen munition für mein sturmgewehr spierpaß er damit nur ein generator kein generator mir da ist hier noch was was auf die schnauze will irgendwas hätte ich habe ich gehört da sehen tue ich nix nochmal assault rifle shotgun ein barrel mod ich werde nicht mehr kommen wir hier rein nun gut nun gut da oben ist tatsächlich noch ein feind dass der nicht flieht naja ist jetzt eigentlich seine schuld würde ich mal sagen unten ist noch ein kistchen hier noch mein heli komm schon da hinten sind auch welche gedroppt ob da und da sind auch noch mal welche gedroppt die meint es ja echt ernst hier wieder komme ich nicht rein irgendwas muss sie noch zerstören hier vielleicht mich hier rein da war eine kiste drin ja sehr schön und enkelgarten mod mal sehen ob der besser ist als das was ich anhab wir haben 155 also wir haben 13 prozent mounted damage das bringt gar nix toll und der nächstes 18 prozent mounted damage also ja rein rechnerisch bringt er dann doch was zufrieden bin ich nicht da hat man nur warten müssen wie da sind noch mal menschen sind beide drauf gegangen oder war es nur eine 8 wieder so viele fragen da müssen wir wieder eine rettungsaktion starten eva street wo ist denn das schon wieder wegpunkt ist gesetzt ist gerufen und er ist auch pünktlich da dann ran auf den drauf auf den haar und da ist noch einer jetzt ist er weg da explodiert es nur freudig vor sich hin und ich muss kurz hier hilf items nachfüllen menschen das riesen das sieht doch gut aus und dann können wir zum missions hier fliegen ganz schön viele helikopter gerade unterwegs hier ist wieder so eine pflanze die regenwasser sammelt wir sind ganz schön schnell hier im passat wind hat leider hat leider nachgelassen so missions ziel ist gelockt vor uns musik schwillt an das muss ja was ganz ernstes passiert sein mit unseren freunden schon wieder da hinten ist auch eine böse böse miese fiese anlage die sind irgendwie gefangen absteigen so und jetzt mal leise und vorsichtig schießen die auf meinen hawk was soll denn das das treff ich aktuell ganz ok jetzt haben sie mich gefunden super super geht doch hoch man vor allem gegen dieses minenwerfer vieh hier die sind nicht stark die flammenwerfer typen sind nicht stark waren das alle? ne da unten sind noch da unten sind doch noch leute mensch hab ich heute nen aim uh hier hätt's auch health items gegeben hier ist ne kisse mit spare parts ne also nicht so ein jammer so ein jammer sehr gut man weiß immer noch nicht wo ihr seid und das spiel verwirrt mich wieder mit irgendwelchen punkten naja werdet euch ja gleich finden also das da? nö aber da ist die build break dann geht vielleicht hier mal dieses nervige gewusel auf dem bildschirm ein bisschen zurück ach die ist jetzt irgendwie da drin na gut muss hier irgendwo da oben sein kann ich hier hoch springen? komm schon feuer mich ab hui anscheinend nicht hui sind die da oben? ne da unten hallo das ist richtig das ist richtig wirklich alles? na sicher doch ich und mein Minenwerfer machen das schon na gut wenn ihr mich unbedingt braucht dann komm ich auch dazu dachte ich mach mir jetzt mal einen ruhigen Abend bisschen rumchillen Mörser hier alles vergiften lassen aber anscheinend nicht da hätten die build break auch hier reintun können oh was bist du denn? das was gleich mir gehört oh ich hör wieder Schüsse ein Mächte ein Mächte zwei Mächte die gegen das Vieh hier kämpfen können wir eigentlich nicht zulassen ich rette dich meine Schönheit auch wenn es Munition kostet Mensch hat das mich zurückgeschleudert ich wollte doch nur helfen naja weiß es ja nicht besser ich will dir doch nur helfen meine Zuckerschnute du greifst den falschen an so fühl dich gerettet wo ist denn die andere Mine hin? Mensch hab ich wieder Minen verballert so wir müssen glaube ich zum Resistance HQ Ah Hidden Weakness vielleicht setzen wir noch Skillpunkte ein wir haben ganze zwei Stück ist das nicht wunderbar oh zwei mehr Granaten die setze ich immer ein das ist ja wunderbar und hier müssen wir hin eine Schnellreise na wieso dauert das denn heute so? ich muss wahrscheinlich alle passenden Charaktere grad laden oh eine Kiste hier damit yay ein Shotgun Magazine Mod schon wieder und ein Datapad so wir müssen eigentlich noch mit Solek Solek reden wir haben genügend wir haben genügend RDA Data Rosters dass er uns mal wieder gutes Zeug geben kann ich glaube aber hier draußen das sei eh nicht ah bist du Solek? nö bist du Solek? nö ach 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 der ist bestimmt auch bei dem Treffen da unten ah Stash brauche ich nicht brauche ich nicht vielleicht ist Solek ja hier oben die Chance besteht und dann gehen wir zum Missionsziel und zwar früher hier oben ich glaub sein Arbeitsplatz sieht aber echt nicht so aus na gut dann zum Missionsmarker huiiii 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 äh da lang na komm schon öffne die Tür die haben dir doch gar nicht geholfen oh ich will nicht später vielleicht uh wir können traden theoretisch ja aber du hast echt Wucherpreise naja das wusste ich schon uh zwei Spare Parts es gibt nichts wertvolleres außer vielleicht drei Spare Parts bisschen was zu essen da ist doch Solek ja eben das es ist es ist impenetrable unsere Ikran will bring death from above du siehst 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 und du siehst du siehst du siehst du siehst du siehst du siehst leckere leckere du siehst du siehst du siehst du siehst Ja, das klingt doch eigentlich relativ einfach. Nochmal zu einem Ballon gehen und was hochjagen. Sehr gut. Bin ich immer... Bin ich auch immer. Wo ist denn Solek hin? Ach komm, du frisst ja immer noch. Nee, du bist jetzt jemand anderes. Du hast eine bessere Essensanimation. Noch mal reden. Solek, ich hab was für dich. Hätte er nicht einfach kurz dableiben können. Wer bist du? Du siehst ja auch cool aus. Ich glaube, dich haben wir schon kennengelernt. Komm, dann freestylen wir das. Ich mag die eigentlich da hinten im Felsen. Ich wünsche, dass wir es nicht brauchten, doch. Das ist ein bisschen dein Ewa. Also wir werden nie vergessen, dass wir ihre Sacrifice nicht vergessen. Und ihre Gesichter. Das ist alles. Danke. Sehr gut. Solek. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich glaube es ja nicht. Ich will doch nur noch einmal handeln. Ganz schön viele Blaue hier heute. Necker. Sesam, öffne dich. Ich glaube, wir haben keine Chance, Solek noch zu finden. Ah, da ist er. Hier ist es, was ich habe. Wir haben ein... Uh, ein Shortbow. Und ein Lightning Heavy. Den bräuchten wir bei uns fielen zwei Data Rosters. Wir haben nur drei Stück. Das ist doch so schade. Na gut, wir können natürlich die ganzen Crafting Rezepte hier nehmen. Ah, ich wünschte, wir hätten noch so zwei Data Dinger mehr. Dann könnten wir uns den Bogen hier holen. Weil der wäre echt hilfreich. Haben wir irgendwie noch so PC Stationen, wo wir nicht waren? Ich glaube, vorhin hatte ich eine gesehen. Keine Ahnung, was das war. Hier ist ein Data Collector. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Ach, was soll's. Wir schaffen es auch so. Wo müssen wir hin? Irgendwo in die Cut. Cut, cut. Wo ist der Cut? War das hier unten? Wo ist mein Wegpunkt? Ich habe doch keine Ahnung. Also, RDA Sensor in the Sky above the South East Canyon auf der Cut. Wegpunkt. Wunderbar. Schnellreise machen wir hier hin. Das läuft doch wie am Schnürchen. Ich weiß gar nicht, was ich da mich wieder anstelle und den Wegpunkt nicht gefunden habe. Oh, hast du was für mich? Achso, ne. Die Quest ist noch nicht erledigt. Sorry. Ja, ich weiß. Ja, ist gut. Später. Erstmal muss hier Pandora gerettet werden. Da ist doch schon so ein Aerial Device. Das sieht anders aus als sonst. Oh, mein Ikran sollte ja auch was essen. Hier eine Blaze Fruit. Ja, das ist was Gutes. Und was willst du jetzt, dass ich mache? Das ist es. Okay, stand bei. Ich werde zurück auf das Signal von Sid. Bleib nahe an das Gericht, okay? Ja. Ich hoffe, das funktioniert. Es muss. Und es wird. Ich habe alle Hoffnung. Wie? Ja, die Frage, ob wir da als nächstes hin müssen, dass das auch so ein Schlauchboot ist, das irgendwie in der Luft hängt. Die drei Sachen aber auch. Na ja, gut. Na gut. Ja, da können wir auch vorbei. Irgendwas hat euch hier gelagert für uns. Ist das nicht nett? Inventory ist voll. Inventory ist voll. Inventory ist voll. Inventory ist voll. Ich hasse dieses Spiel. Ne, so schlimm ist nicht, aber so gut ist auch nicht. Äh, nicht mal ein Data-Pad oder irgendwie sowas. Nö. Na gut. Auf zu den Ballons. Gebt mein Bestes hier. So, meine Pfeile laden nicht mal mehr. Ist das nicht eine schöne Animation hier? Heelys, komm. Komm schon, ich schieße doch auf Rotoren. Die haben die das wieder mitbekommen. Ja, komm. Wie viele Heelys wollt ihr noch schicken? Komm schon, ich treffe doch die Schwachpunkte. Und dann würde ich hierher kommen. Ja. Wie viele Heelys. Wie viele Heelys. nach uns geworfen mit seinem schönen Raketenwerfer. Na also, elf Items sind wieder weg. Na eins ist noch da. Ich lade mal nach. Das kostet auch ganz schön Munition, gegen die Helis hier zu kämpfen. Da ist noch so ein Drill. Direkt bei der Station. Ich glaube, darum geht es auch. Kann Hawk noch was fressen? Ja. Ja, das war was Leckeres. Oh, oh. Komm schon, setz mich einfach da ab. This mount. So. Und jetzt kämpft man hier nochmal. Komm schon, Mine. Ja! Wie können die noch fliegen nach so einem Minenangriff? Und den Mich-Bomb mal wieder weg. Mensch, sind die gerade gefräßig. Okay, der ist down. Komm schon. Komm schon. Ja. Muss ja irgendwie was bringen, wenn man hier was machen. Oh, noch mich. Nein, nein. Is that down? Ja. Wir müssen warten, bis das Essen uns heilt. So. Da müssen aber noch Männchen drauf sein. Wie war das denn? Hallo? Hier schreit doch noch jemand laut rum. Uh, Spare Parts, komm. Food Ration. Na gut, die brauchen wir auch. Gleich hier unten. Erstmal uns helft. Nochmal helft. Und wunderbare Munition. Ach, das freut mich wieder. Irgendwer schreit hier noch. Keine Ahnung warum. Wenn die nicht einfach kaputt machen. Ah, da oben. Na gut. Wie. Wie. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Dann braucht man Hawk einfach nur, um wieder rüber zu kommen. Hier noch ein Heli. Ist egal. Erstmal Hawk zu uns bitten. Uh. Hawk, das wird so nichts, wenn du da sitzt. Hui. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt gerade. Bis auf den Part, wo ich beinahe runterfalle. Na komm, lass mich vorbei. Nein, komm. Achso, ich muss beide. Nein, komm schon. Yay. Oh, zwei Helis. Diesmal mit bisschen mehr Deckung. Boah, die Zwiebeln. Letzte Hälfte verbraucht. Muss heilen. Ja, der hat mich gleich. Okay, der ist down. Ich dachte, hier war noch ein Heli. Okay, sieht gut aus. Wir brauchen aber wieder unbedingt mehr Gesundheit. Oh, oh. Mist. Mist. ich gebe mein bestes wo müssen wir denn überhaupt hin ach da drüben na komm schon hawk auch auf jeden fall wieder gesundheit als erstes was sind denn das für viecher da ist gesundheit ist das nicht schön sogar nicht pollute ja her damit kann gar nicht genug davon kriegen irgendwas interessantes hier nur mehr feinde dann ab in die luft na komm ein bisschen mehr speedy kram wir haben es eilig oder ist es so weit weg dass ich eine schnellreise lohnt wird ich jetzt nicht behaupten würde ich jetzt nicht behaupten wo ist das eine schöne berglandschaft mal wieder das gefilte muss auch unbedingt dieses jahr mal in die schweiz fahren für die berge hat zwar höhen angst aber das ist sehr nah dran es ist wolkig geworden da oben gibt es wolken artefakte spiel was machst du denn wieso spielst du mit meinen gefühlen sah doch gerade wunderbar ich glaube da muss man es mal hin blaues monos na komm in welche richtung willst du denn in gar keine doch irgendwie nach unten ist das nicht schön wieder pristine noch superior weil irgendwas wir haben aber genug moos wurzeln fielen uns bist du eine wurzel die ich ernten kann nein so viele bäume aber keine wurzeln na gut aber ich sehe gerade auf die uhr und wird tatsächlich sagen das reicht schon für die episode ich bedanke mich fürs zusehen und bis zum nächsten mal